Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Life of Guardian aus Lock Challenge. Ja, das letzte Mal sind wir hier in dieser Arena angekommen und dachten uns so, ja, dann stellen wir uns mal daneben. Ja, und dann habe ich mir eine neue Brand zugelegt, also ich habe meinen Kanal umgehändert, wer es noch nicht gesehen hat. Eigenwerbung an dieser Stelle. Hat mich auch nicht ewig gedauert, dass ich das machen konnte. Nein, eigentlich ging das ganz schnell, nur bin ich sehr pingelig, was die Sachen angehen. Was laber ich hier eigentlich? Wen interessiert das überhaupt? Scheiß drauf, wir fordern jetzt den guten Andrew heraus. Oh, du bist es. Du warst doch die Person, die mir geholfen hat. Danke dir. Wie auch immer, es gibt etwas, hm, ach, egal. Wie ich schon zuvor versucht zu sagen habe, wie ich schon zuvor versucht zu sagen habe. Ähm, gut, ähm, wie auch immer, also, ja, warum sagt ihr mal, however and anyways, ist irgendwie so, ja, dasselbe. Äh, du bist hier wegen dem Symbol des Lebens? In diesem Fall? Lass mich dir meine wahre Stärke zeigen, aber vor ein paar Grunts kannst du dich nicht befreien, oder was? Ja, ich und meine Möhren. Ah, Rosalia wieder, ey. Äh, Amber. Amber. Ah ja, ich wollte ja nicht vorspulen. Jetzt kommt erst mal ein Trank. Ja. Wie wär's mit Byrne oder so? Noch hat Damian, gibt Damian gar keinen Fick auf irgendwas. Boah, zwei Mal hintereinander, ja. Die Musik ist cool. Bam, 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 bam. Kann ich aber nicht sagen, aus welchem, äh, aus welchem Dingens das kommt, aus welchem Spiel. Grass was anderes, ja. Mein Schlaf macht Damian. Hier wird jetzt nicht geschlafen. Das kannst zu Hause machen. Oh, Sunday ist scheiße. Aber Solarbeam, ja, zieht ein bisschen viel ab. Das ist eine fucking Pflanzenattacke. Das hat nicht so viel abzuziehen. Äh, 50. Wie viel hat er noch? Das wären 66. 71 hatte er. Ja, bei einem Crit bin ich so oder so tot. Aber ich hab Full Restore. Den könnte ich einsetzen, aber auch irgendwie nicht. Weil ich müsste ja jetzt gleich aufwachen. Ach, das war ein Crit. Yo, Damian, ist okay. Dann schlaf halt noch zwei Runden oder so. Bam, One Hit. Danke. So möchte ich das sehen und nicht anders. Executor. Nein. Das ist schlecht. Es tut mir leid, aber da ist es tot. Und da sagt mal einer, ich würde gut auf meine Pokémon aufpassen. Ja, guck mal hier. Ah, jetzt spule ich schon wieder vor, ne? Ich spars. Ne. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich lasse mich nicht hier die ganze Zeit einschläfern. Äh, Chesterberry. Fuck. Ich möchte Pablo nicht auch noch verlieren. Ich hab nichts. Ich hätte höher trainieren sollen. Fuck. Ich habe auch übrigens nicht auf die Zeit geachtet. Ich müsste mir hier unten in der Ecke einfach eine Zeit einblenden lassen. Das sollte ja nicht so schwer sein. Ah, puh, ja, Leute. Fuck. Fuck, shit, kack. Was mach ich denn jetzt? Pablo so oder so tot, wenn ich jetzt irgendwas Falsches mach. Könnt du Stein einsetzen? Dann müsste eigentlich einiges aushalten. Hat aber eine Pflanzenschwäche. Dann vielleicht Shadow, da könnte den wegpanschen. Hat aber eine Psycho-Schwäche. Devin. Ja, Devin juckt das nicht. Äh. Devin, jetzt mach bitte dein Headbar. Danke. Ach, das war sein letztes Pokémon. Ja, ja, nur Damian verloren. Du bist stark. Das ist richtig. Achso, da redet er gern. Du bist stark. Das ist richtig. Deine Stärke, äh, allein ist aber nicht genug. Ich habe etwas, das ich dich fragen möchte. Ja, nachdem wir, den bei einem unserer Pokémon getötet hast. Äh, bevor ich irgendwas anderes sage, kann ich vielleicht dein Name anfangen, Kind? Shia ist es? Ah, gut, Shia. Ich habe da ein, wo eine Bitte an dich. Aber zuvor? Danke, gib mir das Symbol des Lebens. Äh, erinnerst du dich daran, als, äh, der Ranger mich gerettet hat im Lowpoint-Path? Nun, ich habe Informationen erhalten, dass der Ranger, äh, äh, has been abducted bei Dark-Undes 6, okay. Äh, und da du, äh, also, ne, überfallen. Und, äh, da du ein starker Trainer bist, äh, kannst du uns vielleicht helfen? Äh, leider haben wir gar keine Informationen darüber, beziehungsweise eine Idee darüber, wo der überhaupt ist gerade. Wie auch immer, hier einen darf. Ah, fuck you. Ja, dann haben wir hier eigentlich nichts mehr zu tun. Außer das Item wieder nehmen, die Raspberry. Ach, das ist doch kacke. Ich wollte eigentlich, es ist eigentlich Tag. Aber jetzt ohne Scheiß. Wir haben 10 Uhr 3. Da hat es nicht mehr Nacht zu sein. Bitte nicht! Ey, es ist schon eine Weile her, Shia. Wie geht's dir? Was, du hast drei symbolisch an? Man, Shia. Du bist echt ein schneller, äh, Spieler, hä? Ich glaube, es ist nicht, äh, die beste Zeit, um, äh, 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 wie einen starken Trainer wie dich hier rauszufahren und, hä? Ach, und so nebenbei. Hier, das ist für dich. Zertrümmerer, oder was? Äh, wie auch immer, ich muss jetzt, äh, ein bisschen mehr trainieren, hier. Da will ich auch so viel, das ist ja wohl, Hau, KWU. Das ist schon ein bisschen später, deswegen bin ich ein bisschen müde. Und 10 Uhr 3. Vormittags, Öh. Äh, viel Glück hier. Wie viel Uhr ist es denn hier? Ja. Also die Uhr geht katastrophal falsch, obwohl ich die am Anfang richtig eingestellt habe, ne, da sind wir mal ehrlich. Ach, schade, da mir. Und schade. Du warst ein gutes Pokémon. Es ist nie verkehrt, einen Feuer-Pokémon dabei zu haben, deswegen tendiere ich schon zu Lara Croft. Hab schon wieder Clanin? Da ich hab über Clanin. Äh, ja, aber da Susi momentan am nächsten am Team dran ist, wähle ich wieder Susi aus. Nur für diese Folge natürlich, beziehungsweise, Moment, jetzt wird's wieder kurz leise, weil ich hier Susi hab und Susi geht hier über Devon, dann muss ich Devon runterziehen. So. Wie viele Normal-Pokémon ich hab, wenn Kampfgegner kommt, ne, bin ich instant im Arsch. Ich hab die jetzt auch nur genommen, weil ich darauf vorbereitet war, die zu nehmen, ne, wisst ihr? Susi steigen, ich brauch unbedingt zu Sünden-Bock-Attack, wisst ihr? Aber ich hab jetzt ja wieder ein bisschen mehr Geld, beziehungsweise überhaupt nichts an Geld. Revive nützt mir eh nichts, aber ich kann Sachen verkaufen. Wer kennt die Hyper-Potion-Full-Restore? Ich muss ne meine Revives. Haben die in eigenem Ding? Ich hab keine Revives. Ich hab doch Revives ausgesagt, Leute. Können wir doch nicht erzählen. Nicht? Wär scheiße. Haben die schon mitgekriegt, dass ich ne Last-Log-Challenge mach? Geh, wie ich. Ach, Super-Potion-Full-Heal. Revive. Das ist mir alles viel zu teuer. Hier raus eine Challenge zu machen war wahrscheinlich der größte Fehler, den ich je gemacht hab. Schaffen wir eh nicht. So, du suchst meine Richtung. Ja, geh nach Guardian-Town und dann zum Low-Point-Path. Okay, aber erstmal gucken wir, wer Zertrümmerer erlernen kann. Alle. Wie sieht's aus mit True-Stein? Der kann ja im Zweifelsfall sowieso nicht richtig angreifen. 20. Ist das besser als Rap? Eyo, ist es. Als Dick nicht, aber als Rap. Jetzt ist die Frage, möchte ich das überhaupt verlernen? Äh, ihm erlernen. Safeguard ist geil. Zugabe kann man dann im Zweifelsfall durch ne ordentliche Attacke austauschen. Alles ist besser als Rap. Das heißt, ich muss jetzt wieder den ganzen Weg durch die Wüste nach oben latschen. je, ich bin auch behindert je, jetzt wäre ich hier auf dem Weg man kann hier nochmal von meinem äh, Ding jetzt erzählen von meinem neuen Kanal ressign ja, Self-Props an mich wer gerne eins haben will ne, ich biete das auch gerne für Leute an es dauert halt nur seine Zeit also da nicht wollen, ich bin schon wieder falsch gelaufen Nicht wundern, wenn es dann länger dauert, aber an sich biete ich auch gerne meine Dienste für Leute an, die gerne eins hätten. Weil so kulant bin ich. Weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Nee, aber jetzt echt. So viel Fanservice biete ich. Sogar für umsonst. Nicht mal für, ja doch, ich erwarte einfach nur so Mundpropaganda. Wenn ihr dann so Freunde habt, dann sagst du, ey, volles Kuhle, Kanaldesign, dann sag ich so, ja, ja. Dann könnt ihr so sagen, ja, ja. Was von diesem Scheiß Let's Player da. Der sich denkt so, äh, was ist denn Cellos? Cellos so grün? Ist Cellos immer so grün? Ist das ein Shiny? Nee, es hat aber nicht geglitzert. Oder gibt's das Pokémon gar nicht? Also ich weiß, dass es so ein ähnliches Pokémon gibt. Hä, ich bin verwirrt. Ich möchte das einfach nur mal fangen. Um auf Nummer sicher zu gehen, okay? Seeslack. Ah. Okay. Ist kein, ist kein Shiny. Dann ist der Instant tot. Tot. Weil wir spielen ja hier auf Dingensebene. Auf, äh, wenn, wenn Shiny Pokémon kommt, darf ich das haben. No matter what. Fuck, ich hab jetzt einen meiner wertvollen Pokébälle verschwendet dafür. Lass mich mal kurz heilen. Düm, 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 düm. Ich frag mich immer noch, wo die zweite Mission ist. Ah, endlich treffen wir uns wieder. Ich habe, äh, nie deinen Namen erfahren, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Shia, also? Gut, Shia, ich habe ein bisschen Tränen gehabt. Endlich können wir diesmal die Tables turnen. Ach, du Scheiße. Ja, da bräuchte ich eigentlich einen Kampf über den Wind. Äh, Wing Attack. Jo, erst mal Kielia gewonnen hätte. Läuft bei mir. Devin. Doppelkick. Doppelkick. Hihi. Jo, setz halt deine Super Potion zu ein. Irgendwann hast du keinen mehr. Doppelkick, einfach getötet. Ah, Gift Pokémon. Ja, kann ich auch einfach einen Flug Pokémon einsetzen. Äh, setzt der Iron Defense ein, ey. Ja. Ne, die haben sich überhaupt nicht gedreht. Also. Ja, also. Boah. Eines Tages werde ich dich gewinnen. Aber eine viel wichtige Sache muss ich vorher tun. Äh, verlier ja nicht gegen irgendjemand. Ich werde derjenige sein, der dich besiegt. Ist ja nicht... Wow, ich muss aufpassen. Ich renne hier wie ein Blöder zum Pokémon. 1, 2, 3, 4, 5. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 25. Alles gut gegangen, Leute. Alles gut gegangen. Ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen unterlevelt. Hab mittlerweile wieder ein Item. Devin, damit kein Item ist mehr auf. Hat er überhaupt noch die Fähigkeit? Ja, hat er noch. Und das ist der Lowpoint Path. Nein, das ist Fruit Spice. Fruit Basket. Halt! Du, Durchquerer. Sie sind nicht erlaubt, nach dem, äh, zu dem Leon Empire zu kommen. Okay. Wollte ich auch gar nicht, Arschloch. Ich glaube, es hackt. Äh, sie dürfen hier nicht hin. Ich darf alles. Was ist das hier? Fortune Valley. Ja, hier habe ich ja noch ein Pokémon offen. Eins, was ich noch nicht gefangen habe, ist der Witz an der Sache. Hä, achso, hier habe ich das Item mit mir schon gekannt. Und es wird dann wahrscheinlich... ...wieder Chirpinsch sein. Aber hier gibt es ja scheinbar keine anderen Pokémon. Ich versuche es nochmal. Damit haue ich zwar ein bisschen unsere Zeit weg, aber hey, guck mal, die werden auch noch stärken. Ja, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter. Lowpoint Path. Du, 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 du. Yo, man, ich bin zurück. Ich bin der cool Typ mit einem coolen Glück. Und ich habe eine schöne Frisur. Die sieht viel besser aus als das Sprite an sich. Du, 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 du. Ja, go back to Barna, then from Guardian Town. Head east to the Lowpoint Path. To reach the Lowpoint Path. Ja, hab ich ja. Ja, östlich. Du, 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 die, du, 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 du. Du, 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 Du Mineral Cave. Hä? Konnte ich vorher auch schon lang? Hier sehe ich einen Pokémon fangen, ne? Und es ist... Hab ich schon. aber jetzt erst mal ein item und es ist super traurigste tag in meiner gegend das coole ist so steigen kann echt niemand was antun nicht mal sich selber ja also das ist auch nicht so so die die das wahre so ein pokémon zu schwächen aber dafür kriegen wir keinen schaden warum sie mittlerweile aber schon ordentlich ab nachdem 3000 ja 3000 schaden den wir hier verursacht haben ok erst mal fangen 123 ja nice ich sagte mal flash hat das wenigstens hier angriff ich möchte nur gucken ich werde keinem flash bei dann laufe ich halt voll gerade sagen nackt durch die höhle what the fuck laufe ich halt blind durch die höhle also bitte jollo scheinbar habe ich eh nichts erwarten zu brauchen an pokémon doch ich hätte ganz nie so gehabt wing attack in dieser hülle gibt es nicht mal was außer halt flash was will ich mit flash ist ja ein rotz das ist ja der rotz habe ich eigentlich realtime clock nicht eingestellt ist auch der mann hier weg und das für honey nicht mehr man musste ich eigentlich in diesem spiel muss man sich so viel merken ok 29 jetzt ein bisschen voraus dem anderen aber richtig ja so sie melancen redward das macht natürlich alles jetzt sehen Ich mach aus der Sicherheit mal beide Steine kaputt. Und das Schöne ist, hier gibt es aber auch noch... Hä? Fucking Trolls! Wofür sind denn hier zwei Steine? Das sieht doch aus wie ein Eingang. Ja, lol. Leute, jetzt bin ich mir aber langsam richtig sicher. Ich hatte doch hier an den Dingern Revives gefunden. Mich eigentlich verarschen? Und ich hab auch das Gefühl, ich laufe hier die ganze Zeit komplett falsch. Aber es hieß ja jetzt halt im Lowpoint Path. Ich fühl mich getrollt. Dumm-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Lowpoint Path is very cold. tot jetzt bin ich gleich wieder an der stelle da wo der überfall stattgefunden hat da kann ich aber auch lang ja da muss ich auch lang und dadurch ich glaube das war es auch für die folge ich weiß zwar nicht wie lange die geht aber ich nehme direkt wieder auf das heißt irgendwas in die kommentare schreibt kann ich leider noch nicht lesen ja und dann sehen wir uns morgen wieder leute bis dann